Für die neue Rettungswache in Bautzen-West sind die Bauarbeiten so gut wie abgeschlossen. Nach gut einem Jahr Bauzeit soll sie vom Deutschen Roten Kreuz am 30. Juni in Betrieb genommen werden. Bereits ab nächster Woche wird voraussichtlich der Probebetrieb aufgenommen. Hauptgrund für den Neubau waren die fehlenden räumlichen Kapazitäten für das Personal und die Einsatzfahrzeuge. Der Landkreis investierte rund 2,5 Millionen Euro in den Standort. Die günstige geografische Lage in Stiebitz soll auch kürzere Rettungszeiten für die Gebiete westlich von Bautzen und den westlichen Teil der Stadt mit sich bringen.